Die Standards, die man so hat, waren eben einfach unterschiedlich und es war einfach hochinteressant, sich einfach neu zu begegnen und zu schauen, wie hat man es da gemacht, wie machen wir das jetzt und wie bringt man das Ganze in so eine Synthese rein. Ich bin tatsächlich waschechter Berliner, bin in Berlin geboren, bin in Berlin zur Schule gegangen und an der Freien Universität habe ich da studiert und auch Diplom- und Doktorarbeit gemacht. Am Max-Planck-Institut in Dahlem und war halt aber zur Wendezeit nicht in Berlin, sondern war als Postdoc unterwegs und haben vom 9. November nur durch die Nachrichten erfahren und war erstmal ehrlich gesagt ein bisschen stinkig, weil es war das erste Jahr, dass ich aus Berlin raus war und pum, fällt sofort die Mauer. Also ich fand es erstmal erstaunlich, weil es war Anfang des Jahres ja auch nicht abzusehen, dass diese Entwicklungen tatsächlich in Gang gesetzt werden. Und war dann, ich glaube, zwei Monate später, zu Weihnachten war ich dann in Berlin und bin auch dann damals über die damals geöffnete Mauer dann in den Ostteil der Stadt gegangen, was ich überhaupt nicht kannte, weil ich, glaube ich, kein einziges Mal vorher im Ostteil der Stadt war. Das heißt, auch dieser Campus hier war mir vollkommen unbekannt. Das erste Mal bin ich hierher gekommen, wie ich dann tatsächlich nach einem erfolgreichen Postdoc, nach einer Stelle gesucht habe und Tom Rappuport zufälligerweise mal getroffen hatte bei einem Seminar. Und der hat mir gesagt, komm doch mal nach Buch. Und da gibt es die Möglichkeiten, auch Nachwuchsgruppen zu etablieren. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwie mit einer Landkarte in der Hand durch die Ostteil der Stadt gefahren bin, um zu gucken, wie man nach Buch kommt und tatsächlich hierher gefahren bin. Das war irgendwie 92, glaube ich. Und dann hat es sich auch so ergeben, dass ich tatsächlich am Anfang 93 hier im Buch angefangen habe als frischer Nachwuchsgruppenleiter. Als Westberliner war man verfangen in der Freien Universität, ich noch in den Max-Planck-Instituten, weil ich da Diplom- und Doktorarbeit gemacht habe. Man kannte noch das Robert-Koch-Institut. Und das war es halt. Mir war mir überhaupt nicht bewusst, dass dieser Campus eigentlich eine große Historie hat und dass man hier früher viele, viele Betten der Klinik hatten und viele, viele Patienten hier waren. Und dass in den 20er Jahren hier bereits die Forschung auf den Campus gekommen ist mit dem Kaiser-William-Institut. Ich glaube, die wenigsten der Wessis in Westberlin wussten das damals. Und dass eigentlich das, was wir heute alle so toll finden, Translation, Übertragung von Wissenschaft in die Klinik, dass das eigentlich hier auf diesem Campus erfunden wurde. Zu DDR-Zeiten war es, glaube ich, so, dass, wobei ich das nur vom Hörensagen kenne natürlich, weil ich ja selber aus dem Westen komme und auch immer da unterwegs war, waren natürlich viel, viel mehr Dinge, die hier in diesem Zentrum selber produziert werden mussten. Die Leute hatten nicht die Möglichkeit, auf so viele Produkte zuzugreifen, die wir heute alle kaufen. Sie mussten sie selber herstellen. Das heißt, es gab eine Menge Arbeitsgruppen, die eigentlich mehr in Servicebereiche involviert waren als tatsächlich in Forschung. Und die mussten sich plötzlich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen, mit einer ganz anderen Forschungsförderung auseinandersetzen, mit anderen Kollegen auseinandersetzen und hatten aber gleichzeitig auch eine Menge neue Möglichkeiten, weil plötzlich auch das Geld da war, Dinge zu kaufen, anzuschaffen und auf eine ganz andere Basis zu stellen. Meine Arbeitsgruppe startete damals eben in 1993 und es war einfach ein Miteinander von Ost und West. Und die Standards, die man so hat, sie waren eben einfach unterschiedlich und es war einfach hochinteressant, sich einfach neu zu begegnen und zu schauen, wie hat man es da gemacht, wie machen wir das jetzt und wie bringt man das Ganze in so eine Synthese rein. Und wir hatten viele Sachen, die ganz einfach zu regeln waren mit den sogenannten Ossis, weil die eine sehr, sehr pragmatische Art haben und manche Westis sehr viel komplizierter sind und sehr viel umständlicher an Dinge rangehen, wo die Lösungen einfach manchmal so einfach sind. Und es war eine ganz, ganz spannende und interessante Zeit. Die größte Herausforderung war eben tatsächlich die Veränderung in dem personellen Bestand. Es gab Arbeitsgruppen, die waren sehr, sehr bekannt. Da gibt es zum Beispiel Tom Rapoport, der damals am Institut war, der dann aber abgeworben wurde nach Boston an die Harvard Medical School. So einen Topforscher hätte man natürlich auch irgendwo halten können, aber war eben zu den damaligen Umschwungzeiten schwierig. Dann gab es andere Wissenschaftler, wo man irgendwie schauen musste, wie man die gut ins Institut integriert. Und dann sind viele Leute, junge Leute, auf den Campus gekommen, die vielfach hier angefangen haben, entweder als Doktoranden, Postdocs, aber auch wiedergekommen sind oder die ganze Zeit hier waren, sich zu exzellenten Wissenschaftlern entwickelt haben. Und viele von denen findet man jetzt auch in dem 9. November in den Dokumentationen, in den Geschichten wieder. Das ist eine schöne Geschichte, dieses Campus, weil es einfach auch die hohe Verbundenheit mit dem Campus dokumentiert. Ich glaube, dass der 9. November ein besonderes Datum ist für diesen Campus, für das MDC, weil er sozusagen den Startschuss darstellt für eine neue Expansion und Entwicklung des MDC und einer internationalen Forschungslandschaft, die sich hier gebildet hat. Dass wir heute das MDC klar als eine internationale Top-Einrichtung in den Lebenswissenschaften zählen können, ist natürlich begeisternd und der 9. November ist sozusagen der Startschuss dafür.